In diesem Video schauen wir uns das Rechnungsprogramm Debitur an. Ich zeige dir, wie du als Unternehmer, als Freelancer, als Kleinunternehmer, als Startup, ganz egal, professionelle Rechnung schreiben kannst mit wenigen Klicks, deine Buchhaltung mit Debitur erledigen kannst und Überblick über deine Finanzen behältst. All das kannst du mit Debitur machen, wie du bereits hier siehst, Rechnung schreiben in unter einer Minute für Unternehmer, das heißt, du brauchst dich da nicht mit irgendwelchen Wordvorlagen und so weiter umherschlagen, sondern kannst ganz einfach, wenn du Kunden hast, denen direkt über Debitur eine Rechnung zukommen lassen, kannst denen auch verschiedene Zahlungsmöglichkeiten anbieten und hast direkt die Buchhaltung auch gemacht. Das heißt, das Ganze wird automatisiert kategorisiert, wo das dazugehört, was für eine Ausgabe, aber das ist, es wird automatisch mit OCR, wenn du eine Rechnung hochlädst und das kannst du bei Debitur direkt machen, um die in deine Buchhaltung beispielsweise hochzuladen, also nicht in einer Mappe abheften, sondern einfach hochzuladen, hast du hier die Möglichkeit mit Texterkennung einfach die einzelnen Zeilen der Rechnung direkt erkennen zu lassen und dir die Daten rauszuholen, kannst einfache Zahlungsabgleiche machen und kannst im Grunde am Ende des Jahres einfach das deinem Steuerberater schicken und der macht den Rest für dich, spart mir extrem viel Zeit. Ich nutze Debitur für meine Buchhaltung und ich zeige dir, wie du das Ganze nutzen kannst, wie du Rechnungen damit schreiben kannst und wie du das in der Praxis anwenden kannst. Ja, gleich vorneweg, du kannst dir Debitur über den Link unterhalb des Videos sichern, bonuskiste.com slash Debitur, so wie du es hier siehst, du kannst über den Link unterhalb des Videos Debitur kostenlos testen, kannst alle Funktionen ausprobieren, kannst deine ersten Rechnungen damit schreiben und kannst ausprobieren, wie dir das Programm zusagt. Zusätzlich bekommst du von mir, wenn du dir Debitur über den Link unterhalb des Videos sicherst, meine Automatisierungsstrategien im Wert von 497 Euro, wo ich dir zeige, Schritt für Schritt, wie du wichtige Prozesse in deinem Online-Marketing durch die richtigen Software-Tools, wie zum Beispiel ein Buchhaltungsprogramm oder durch richtige Strategien komplett automatisieren kannst. Somit sparst du dir mehr als 80% der wiederkehrenden Prozesse, die du normalerweise als, egal ob Online- oder Offline-Unternehmer machen müsstest, sparst dir eventuell sogar einen Mitarbeiter oder einfach sehr, sehr viel von deiner Zeit. Kostet normalerweise 497 Euro, schenke ich dir komplett kostenlos dazu, mein Videokurs die Automatisierungsstrategien, sichere dir dazu einfach Debitur über den Link unterhalb des Videos, bonuskiste.com slash Debitur. So, und hier befinden wir uns auch schon im Mitgliederbereich in der Software drinnen. Ich kann hier direkt, ich habe hier extra einen neuen Account erstellt, wie du hier bereits siehst. Debitur schlägt mir hier direkt vor, ja, eine neue Rechnung beispielsweise zu schreiben. Ich wähle hier aus, bin ich Einzelunternehmer oder Firma? Ich wähle in dem Fall aus Einzelunternehmer und kann hier Namen meiner Firma angeben. Ich gebe hier zum Beispiel dann meinen Namen an, kann hier die Adresse festlegen, dann sage ich Steinweg 8 beispielsweise, Vorname, Nachname, je nachdem. Das füllst du hier einfach einmalig aus, das speichert sich Debitur hier. Steuer- und Registriernummern, also alles, was du auf deiner Rechnung oben haben willst, wird hier direkt abgefragt. Handelsgericht, sagst du deine Stadt, wo du bist, Firmenbuch, HRA 3, 3, 4, Umsatzsteueridentifikationsnummer, falls du eine hast, Steuernummer und alles weitere kannst du dann hier direkt eingeben. Klickst hier auf Speichern, gehe hier auf Weiter, Speichern und habe hier direkt die Rechnung. Und hier wird es direkt so angezeigt, wie es der Kunde dann auch sieht, das finde ich extrem cool hier. Ich kann hier verschiedene Kunden einspeichern. Jetzt bei diesem neuen Account ist natürlich noch keiner drinnen. Das heißt, ich kann hier sagen, Kunde ist Uber Auto Werkstatt und hat die Adresse Eckweg 1 in Österreich und so weiter. Kann hier alles eingeben. Ich denke, das ist selbsterklärend, kann die Umsatzsteuer definieren und so weiter. Habe hier dann direkt die Möglichkeit, alle Einnahmen und alle Ausgaben, die ich habe, in Debitur zu speichern. Das heißt, ich habe auch hier meine komplette Buchhaltung drinnen. Kann das beispielsweise, wenn ich jetzt einen Beleg habe, kann ich den, wenn ich ein Firmenessen oder ähnliches habe, im Restaurant direkt abfotografieren. Das wird in Debitur hochgeladen und kann somit alle Sachen, die ich hier habe, ja, in Debitur einfach speichern. Habe dann hier auch meine Übersichten drinnen. Was für Kosten habe ich? Was für Anlagen habe ich? Kann hier eine Ausgabe erfassen. Kann hier einfach ein Dokument hochladen. Ich habe mir zu diesem Zweck einfach mal eine Testrechnung erstellt. Und wie du hier bereits siehst, innerhalb von wenigen Sekunden wird hier alles ausgefüllt, was hier wichtig ist. Das heißt, ja, Debitur erkennt direkt automatisch, was sind hier die relevanten Zahlen, was gehört wo eingefügt. Und du kannst es im Grunde dann so direkt abspeichern. Falls irgendetwas mal nicht erkannt werden sollte, kannst du alles, ja, ganz einfach ändern. Es erkennt normalerweise auch automatisch den Lieferanten. Klar, den habe ich bei mir jetzt nicht drinnen. Ist auch nur eine Testrechnung. Dadurch wird die hier jetzt nicht automatisch erkannt. Datum, Land, Betrag, Umsatzsteuer und so weiter. All das wird hier automatisch von Debitur erkannt und eingespielt. Ich kann das Ganze dann einfach speichern oder die Zahlung buchen und habe es dann bei mir in der Buchhaltung drinnen. Kann Bankkonten mit Debitur verbinden, wie du hier bereits siehst. Du kannst alle Bank- und Bar-Transaktionen direkt mit wenigen Klicks einfach bei dir importieren. Das würde ich machen, wenn ich ein Geschäftskonto habe. Habe hier die Berichte, Mehrwertsteuer, Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz. Also all das habe ich hier drinnen, wie du hier bereits siehst. Dafür müsste ich meinen Account hochstufen und ja, im Grunde sind es bereits die Funktionen, die ich hier nutze bei Debitur. Im Grunde nutze ich das Ganze, um eine Rechnung zu schreiben, um die Rechnung an meine Schuldner, meine Geschäftspartner und so weiter zu stellen. Und um alle Einnahmen und Ausgaben über Debitur zu erfassen, damit ich halt am Ende des Jahres meinem Steuerberater ganz einfach einmal im Jahr das Ganze zuschicken kann. Und er kann das dann weiter bearbeiten. Ist ein extrem einfaches Tool, das genau das macht, was es soll. Und zwar die Buchhaltung möglichst automatisiert und mit wenig Aufwand für dich zu erledigen. Alles, was du dafür brauchst, hast du bei Debitur drinnen. Ja, wie bereits erwähnt, du kannst dir Debitur über den Link unterhalb des Videos sichern. Du kannst das Ganze kostenlos testen, wenn du dich dafür entscheidest, Debitur abzugraden. Das Ganze zu nutzen, so wie ich das mache, möchte ich dir zusätzlich in der Bonuskiste meinen Videokurs, die Automatisierungsstrategien schenken, wo ich dir zeige, wie du mehrere Prozesse in deinem Unternehmen automatisieren kannst. Das betrifft nicht nur die Buchhaltung, sondern viele andere wiederkehrenden Prozesse. Ich zeige dir in den Automatisierungsstrategien, wie ich mehr als 80% der wiederkehrenden Prozesse durch Software-Tools und durch bestimmte Strategien ersetzt habe. Ich mir somit extrem viel Zeit spare. Könnte bei dir auch sein, dass du dir einen Mitarbeiter dadurch sparst und somit extrem viel Geld sparst. Sichere dir dazu einfach Debitur über den Link unterhalb des Videos bonuskiste.com slash Debitur, so wie du es hier siehst und schreibe mir danach eine E-Mail an bonus at bonuskiste.com, damit ich weiß, wohin ich dir die Bonuskiste freischalten kann. Ich wünsche dir alles Gute und viel Zeitersparnis mit Debitur. Ciao.